Treulos der Bruder fiel. Achildas Vieh war über ihm. Wenn ich recht sah, würgte er den Liegenden. Etwas ging vor, was über meine, unsere, Begriffe war. Wer sehen konnte, sah am ersten Tag, diesen Krieg verlieren wir. Diesmal schrie ich nicht, wurde nicht wahnsinnig, blieb stehen. Zerbrach, ohne es zu merken, den Tonbecher in meiner Hand. Das Schlimmste kam noch. Kommt noch. Treulos, leicht gepanzert, war noch einmal hochgekommen. Hatte sich den Händen des Achill entwunden. Lief, ihr Götter, wie er laufen konnte. Zuerst ziellos davon, dann, ich winkte, schrie, fand er die Richtung. Lief auf mich, lief auf den Tempel zu, gerettet. Den Krieg verlieren wir. Aber dieser Bruder, der mir in dieser Stunde als der Liebste schien, der war gerettet. Ich lief ihm entgegen, packte ihn am Arm, zog den röchelnden, zusammenbrechenden herein, ins Innere des Tempels, vor das Bild des Gottes, wo er sicher war. Abgeschlagen keuchte Achill heran, den ich nicht mehr beachten musste. Dem Bruder, der um Luft rang, musste ich den Helm abbinden, den Brustpanzer lösen, wobei Herophile, die alte Priesterin, mir half, die ich nie vorher und nie nachher weinen sah. Meine Hände flogen. Wer lebt, ist nicht verloren, auch mir nicht verloren. Dich werde ich pflegen, Bruder, lieben, endlich kennenlernen. Brisees wird froh sein, sagte ich ihm ins Ohr. Dann kam Achill, das Vieh, des Mörders Eintritt in den Tempel, der, als er im Eingang stand, verdunkelt wurde. Was wollte dieser Mensch? Was suchte er bewaffnet hier im Tempel? Grässlichster Augenblick, ich wußte es schon. Dann lachte er. Jedes Haar auf meinem Kopf stand mir zu Berge. Und in die Augen meines Bruders trat der reinste Schrecken. Ich warf mich über ihn und wurde weggeschoben wie ein Ding aus Nichts. Wie näherte sich dieser Feind dem Bruder? Als Mörder? Als Verführer? Ja, gab es das denn? Mörderlust und Liebeslust in einem Mann? Durfte unter Menschen das geduldet werden? Des Opfers starrer Blick, das tänzelnde Herannahen des Verfolgers, den ich jetzt von hinten sah, ein geiles Vieh. Das treulos den Knaben bei den Schultern nahm, das ihn streichelte, den Wehrlosen, dem ich Unglückselige den Panzer abgenommen hatte, ihn befingerte, lachend, alles lachend, ihm an den Hals griff, an die Kehle ging. Die plumpe, kurzfingerige, haarige Hand an des Bruders Kehle, pressend, pressend. Ich an des Mörders Arm gehängt, an dem die Adernstränge vortraten wie Schnüre, des Bruders Augen aus den Höhlen quellend und in Achils Gesicht die Lust, die nackte, grässliche, männliche Lust. Es war totenstill. Ich wurde abgeschüttelt, spürte nichts. Nun hob der Feind, das Monstrum, im Anblick der Apollonstatue sein Schwert und trennte meines Bruders Kopf vom Rumpf. Nun schoss das Menschenblut auf den Altar, wie sonst Blut aus den Rümpfen unserer Opfertiere. Das Opfer treulos, der schlechter schauerlich und lustvoll heulend floh, Achill das Vieh. Ich fühllos, lange Zeit. Dann die Berührung. Eine Hand, die sich an meine Wange legte, die so zum ersten Mal im Leben ihr Zuhause hatte. Und ein Blick, den ich erkannte. Eneas. Alles, was vorher war, war blasse Ahnung, unvollkommene Sehnsucht. Eneas war die Wirklichkeit. Und wirklichkeitsgetreu, wirklichkeitssüchtig wollte ich mich an sie halten. Er könne hier zur Zeit nichts tun. Er gehe, sagte er. Geh, sagte ich. Ach, er verstand es zu verschwinden. Ich rief ihn nicht, folgte ihm nicht und erkundigte mich nicht nach ihm. In den Bergen sei er, hieß es. Mancher verzog verächtlich das Gesicht. Ich verteidigte ihn nicht, sprach nicht von ihm. War mit jeder Faser meines Leibs und meiner Seele bei ihm. Bin bei ihm. Ineas lebe. Ich bestand darauf, als Zeugin für den Tod des Treulos im Rat gehört zu werden. Verlangte diesen, Krieg zu endigen. Sofort. Und wie, fragten sie mich fassungslos, die Männer? Ich sagte, durch die Wahrheit über Helena. Durch Opfer, Gold und Waren und was sie wollen, nur dass sie abziehen. Dass sich der Pesthauch ihrer Gegenwart entfernt. Zugeben, was sie fordern werden. Dass Paris, als er Helena entführte, schwer verletzte, was uns allen heilig ist, das Gastrecht. Als schweren Raub und schweren Treuebruch müssen die Griechen die Aktion betrachten. So erzählen sie, was Paris tat, ihren Frauen, Kindern, Sklaven und sie haben Recht. Beende ich diesen Krieg. Gestandene Männer wurden totenbleich. Und König Priamos, der Vater, erhob sich langsam, furchterregend und brüllte dann, wie ihn nie einer brüllen hörte, Seine Tochter. Sie von allen. Sie musste es sein, die hier im Rat von Troja für die Feinde sprach. Anstatt eindeutig, öffentlich, laut hier und im Tempel, so wie auf dem Markt für Troja zu sprechen. Ich sprach für Troja, Vater, sagte ich noch leise. Der König schüttelte die Fäuste und schrie, Hätte ich den Treulust des Bruders Tod so schnell vergessen? Hinaus mit der Person, sie ist mein Kind nicht mehr. Ich wurde weggeführt.